Weil wir sind hier echt ne Stunde schon dran, ne? Glaube ich. Ich glaube, wir haben 10 vor angefangen. 1,5 Stunden. Was für dieses... ey. Komm noch... Was? Kann ich schon da klicken, Mann. Du, ich dann rum, Burg. Ich? Ich muss... Ich sammle gerade Geld ein. Wer ist der Nächste? Oh, oh. Schaffst du das und kriegst mich danach? Unsere Wünsche? Soll ich noch einen Kekse holen oder was? Ich muss einfach verziehen die jetzt auch. Shit. Ist das eben schon lieb? Was hat denn? Achso. Beigestorben. Uah. Das ist jetzt das Problem. Also, damit das klar ist. Ja, die meisten meiner wahren, wurden toten Abenteuer aus den Händen. Ja. Ich komm auch wieder. Ja, ja, ich komm auch wieder. Ich bin die ganze Zeit am wiederkommen. Ist das ein Drittel, ne? Hm, ja. Es ist vielleicht nur noch das letzte Fünftel. Oder Viertel, eher. Was ist das? Was ist das? Was ist das mit einer anderen Art? Das ist Geld. Das ist Geld. Ich mach dich. Ich mach dich. Ich mach dich. Ich mach dich. Oh, die stirbt gerade. Ich stehe schnell. Das ist ein Insta-Kill. Oh. Oh. Ich hab sie nur wegfliegen sehen. Geil. Jetzt hab ich dich getroffen. Und so viel nicht treffen. Feuer, Atem, los! Wir sind schon seit einer Viertelstunde. Äh, mindestens. Ich hab gleich Level-Up nur durch diese Kristallisten, ne? Du hast doch einen, ne? Hast doch einen, ne? Was hab ich? Ein Liebner. Ja. Okay. Knapp, knapp, knapp. Aber es könnte klappen. Ja. Fläck ihn! Der Slash! Egeaaal! Ah! Lass ihn aus, Baby! Ich brauch so dramatische Lieder hierfür. Aua. Wo flieg ich denn hin? E-C-A! Stell dir vor, man würde, ähm... Gravitationsschalen bekommen. Ich krieg mich wieder voll hier. So! So! Lass dich doch nicht da treffen! Fandern! Naja! Naja! Ich lebe schon ungefähr 30 Sekunden am Stück, das neue Weltkrieg. Irgendwie kutzverbringend. Hölt mich auf jeden Fall. Schreie! Du hast meine Krieger kaum an den Kranzer verfasst! Schreie mir! Okay, okay, okay. Nein! Es ist ja nicht so, dass ich Hilfe bräuchte. Achso! Ja, ja, ja. Christy, Christy, Christy. Das ist ja nix an. Alles klar, ich helf dir. Jaja. Huiiii. Rekord, spring mir dieses Filial nicht. Also, ähm. Einfach drauf ey. Kannst du mal gerade was mit mir machen? Oh shit. Du den. Na toll. Hier ist... Oh, kannst du mich retten? Ähm. Also. Ähm. Dich kriegen wir wieder hin. Danke, Soldat. Lebe dich durch den Stein, aber... Huiii. Ich krieg... Ist da hinten noch was? Ist da hinten noch was? Oh mein Gott, was ist denn da hin? Oh, knapp 1000 noch. Hier hinten ist, äh, gar nichts. Boah. Ich bin auf dem Weg zu dir, aber das dauert zu lange. Oh, du stirbst auch schnell. Kann das sein. Kannst du nicht looten lassen? Wie viele werden looten? Ja. Stimmt 1,5 Stunden noch krank. Das ist schon einer der längsten Bosskämpfer, den ich gesessen habe. Muss man so sagen. Muss man so sagen. Überhaupt in den Borderlands. Überhaupt. Was? Ich glaube da bin ich mit... Hier. Was? Das ist geil mit dieser... Zedrache da. Ja. Ja. Okay. Aber der dauert auch nicht so lange. Och. Der dauert mega lange. Find ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie ich das gleiche spiele. Ja, aber... Einfach drauf, wenn ich stirbst. Ja. Selbst bei mir mit... Ähm... Äh... Hier legendär und alles dauert ja nicht so ewig. Das Ding ist halt einfach, du kannst schnell speichern. Und ein Schnellspeicher macht das einfach so viel deutlich schneller. Ey, wir sind beim R angekommen. Ich fisch dir das vor. Das haben wir langsam eine reelle Chance den zu tun. Sehr verbunden. War schon lange nicht mehr. Meine Zeit war noch nicht gekommen. Oh! 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 Ja. Fliegen! Nein! 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 Los geht! Hä? Wo ist denn da hin? Nej! Wo ist denn? Oh! Ja! Wo ist denn? Oh, jetzt war ich nicht mehr. Ei, 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 ei. Schon schwer, ne? Ich krieg noch Sehnschein hinzu hier von der Maus, ne? Mhm. Oh. Oh. Oh, wo ist das Ding? Diese Frage ist ein bisschen wie auf The Rock unzureichende Ressourcen. Frage. Ja, wo ist das Ding? BAM! Atauend! Ja, gut. Wechsel ab. Was ist das eigentlich für ein Scheiß? Mösch. Ach, Metin. So Scheiße. Oh. Steineweg. Geht aber schnell, oder? Bin schon beim- Ig-g-g-gethi. Naja, wahrscheinlich denken wir jetzt einfach nur, es geht schneller, weil wir jetzt eine direkte Vergleichsmöglichkeit haben durch diese Buchstaben. Huch. Ich schla... Oh, hör auf nicht drauf zu gehen, dazu kommt ein bisschen weh. Bist du? Ja. Alles klar, ich helfe dir. Vielen Dank. Also ich sag dir, allein durch das Wiederbeleben haben wir, glaube ich, schon so viele Erfahrungspunkte hier bekommen. Das würde ich mindestens 50.000. Ja, doch. Und Abschluss, Muniz, ähm, hier EP noch. Und den Loot. Ach, stimmt. Den gibt's auch noch. Obwohl, der bringt eigentlich nur Geld, ne? Naja. Und Iridium. Stimmt. Also ich schieß dir mit Raketen einfach ins Auge, ne? Der macht den. Das ist so unlogisch, ne? Der kriegst du ins Reulen, oh. war das knapp ja ich habe aus der sehne waffe verkauft ne gute dafür bräuchte ich das geld nämlich die ganze zeit und ich habe jetzt 350 dollar übrig mit dem mikrofon der da war so jetzt kann ich wieder richtig kann man jetzt bin ich da jetzt geht es los mann wer hat noch nicht mehr will noch mal eine runde frei für alle ich müsste jetzt der effekte wie so ein typ halt bei ich weiß gar nicht wie diese attraktion heißt haben jürgert ja wie heißen das ding noch mal dieses was ich immer im kreis dreht wenn ich habe zu schießen dieses wo du in so einer schnecke sitzt denn so wagen und die fahren halt immer im kreis und danach musst du dich ach da war nein das ist in so einem gebäude halt raup oder so heißt es glaube ich ja ich glaube ja da machen sie auch immer diese effekte naja wenn ich jetzt sterbe kostet mich der tod wahrscheinlich zehn oder so okay kriegst du mich nicht ich muss die dann na den vulkanischen rack antreffe ich nicht face den doch mal dann bewegt er sich auch nicht also ab der 52 dauert es noch zwei es ist also schon ziemlich langartig der endkampf wenn man jetzt mal so beschreiben du kommst wieder auf die beine ich dachte das ist so in 20 minuten oder was ja ich hätte schon eine halbe stunde gedacht halbe bis dreiviertel ne aber dass wir jetzt über eineinhalb stunden hier sitzen knapp schon ab nur beim endkampf davor haben wir noch die ganzen also damit habe ich nicht gerechnet granate wird geworfen langsame so wir haben schon das ld jetzt quasi ich habe gerade mein geld verdoppelt indem ich 500 dollar aufgesammelt habe das ld jetzt die stunden wenn ich gleich noch so ein so ein sekt ja ich hoffe ich tue den richtigen gleich kriegt er noch mal neue energie und dann töten wir den noch mal ja und dann kommt der krieger von hinten aus dieser respawnstation sich in den notenschalter drückt mein computer wir werden sofort schluss eine munition aber es wird langsam ruhiger weil er einfach daran liegen weil es meinen er nicht gerade keine musik macht 295 erfahrung anessen und iraks Was? Heiliger Badass! Ich glaube du hast ihn gekillt. Aber dir lieber auf Nummer sicher! Drück den Button an der Moonshot-Konsole! Nein, 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 erstmal muss ich laufen. Erstmal hier ein bisschen aufsammeln, ne? Ja. Mitten tun wir den gleich. Money, 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 Money! Aaaaaaaah! Was? Okay, hier liegt zu viel rum. Das kann ich gar nicht alles einsam werden. Dann! Schick! Bäh! Voll in die Fresse von ihm! 24 nur?! Ähm... Aber ne, das ist jetzt aber ein bisschen... Was passiert dir gerade? Das passiert dir gerade. Kann ich auch schon nehmen. Cool Level 250! Sterbender Handsome Jack! Nicht so knapp vor dem Ziel! Nicht durch die Hand eines dreckigen Banditen! Kann ich ihn töten? Ich hätte den Planeten retten können! Ich hätte Recht und Ordnung wiederherstellen können! Was kommt dir das an? Ich sollte nicht durch einen Kindsmörder und Psychopathen sterben! Du bist eine Bestie! Ein Wahnsinniger! Du bist ein Bandit und ich bin der verfluchte Held! Dich ist abgefallen! Andi, doch nicht! Jetzt müssen wir nur noch den Schlüssel loswerden! Vor allem weiß der! Weiß der! Alle Sachen, die dich fallen lassen, sind scheiße irgendwie! Alle Sachen! Alle Sachen! Alle Sachen! Alle Sachen! Die sind scheiße irgendwie! Da steht... Da steht eh was ist da, ne? Jeder ist voll! Ja! Ja! Nochmal machen! Mal machen! Naja, müssen wir sogar! Wenn wir die nächsten Modus machen! Ja! Die nächsten Modus! Ja! Die nächsten Modus! Oh, hier liegt noch! Hier liegt noch! Ich kann es vergessen! 58.000?! Warte! Überlass das mir! Du willst das Ding jetzt nicht berühren! Glaub mir! Langsam, Mann! Ich wär fast draufgegangen vorhin! Ich nicht! Wo zum Henker wart ihr vor 5 Minuten? Ohne den Kammerjäger wären wir jetzt alle tot! 5 Minuten?! Vor 5 Minuten? Vor 5 Minuten? Ja gut! Ich hoffe bloß, ich muss diesen Schlüssel nie mehr wiedersehen! Hat Spaß gemacht, du Alien-Essch! Ja okay, ich schweiße hier nicht! Ist ok! Was zum.. Sind das Kammern? Filipmarkest! Ja…. hair, haha! Ja, wir kommen nie zur Ruhe, was? Okay? du hast den ultimativen Kabeljäger Modus freigeschaltet im ultimativen Kabeljäger Modus beginnt das echte echte Spiel du wirst stärkere Gegner bekämpfen bessere Beute machen und höhere Level erreichen du kannst deinen Spielverlauf Modus im Hauptmenü ändern okay ich bin gebooft ich bin gebooft obwohl du noch mehr durchdrehst sag mal nach Ui ey wirst du mit dir wo bist du denn hingebooft ich geh jetzt hause äh ich geh jetzt hause Alter ich geh jetzt hause ganz einfach ist ein geboll wer ist ein boll Heinrich Boll oder was ich schnitt boll besiegen Heinrich Boll kenne ich nur Alter Scheiße was ist denn hier los wieso ich bin afghan ne ja das äh war hart oh Oh. Oh. Zur Uni-Brüschung. Was können... Es sind ja doch sogar noch ein paar nette Sachen dabei. Hm, nee. Ja, nee, 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 nee. und schon so hat die Hälfte die Lande nichts besonderes Oh Geld So Alter War das ein Kampf? War lustig Bis Bis zum nächsten Mal